2020 war geprägt von Lockdowns, Betriebsschließungen und Veranstaltungsausfällen. Trotzdem hat die R&V-Gruppe ihren Wachstumskurs im Corona-Jahr fortgesetzt. Die Beitragseinnahmen des Wiesbadener Versicherers sind um 8,3 Prozent auf 19,9 Milliarden Euro gestiegen. Das hat der R&V-Vorstand heute bei seiner digitalen Bilanz-Pressekonferenz bekannt gegeben. Ich bin im Grundsatz zufrieden mit dem Geschäftsjahr. Wir haben die Corona-Krise trotz einiger Kratzer gut überstanden. Unser Ergebnis ist leider nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber wir sind super gewachsen und haben damit wieder Marktanteile gewonnen. Und was will ich mehr? Die Versicherung war auch im schwierigen Corona-Jahr für ihre Kunden da. Allein der zusätzliche Aufwand durch die Corona-Pandemie beträgt 321 Millionen Euro. Den Digitalisierungsschub hat die R&V genutzt. So sind auch jetzt noch knapp 90 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice. Jeder dritte Vertrag wird vom Endkunden elektronisch unterschrieben. Der Vertragsbestand ist um 711.000 auf 26,5 Millionen gestiegen. Auch die Attraktivität als Arbeitgeber ist nach wie vor ungebremst. Allein im Jahr 2020 sind über 500 neue Positionen dazugekommen. 16.526 Menschen arbeiten nun in Deutschland für den Wiesbadener Versicherer. Das Programm New Normal läuft auf Hochtouren, denn die R&V gestaltet unter großer Beteiligung der Mitarbeiter eine noch modernere Arbeitswelt. Im Programm New Normal erarbeiten Kolleginnen und Kollegen aus allen Fachbereichen gemeinsam unsere zukünftige Arbeitswelt. Also die Fragestellung, wofür kommen wir eigentlich in Zukunft ins Büro? Sind es die Meetings? Ist es der informelle Austausch? Werden wir zukünftig mehr konzentrierte Einzelarbeit vielleicht von zu Hause machen? Und damit auch fragen, welche Raumkonzepte werden wir denn brauchen? Welche Möblierung? Wie wird die Technik aussehen? Mit Blick auf den Start 2021 sind in allen Geschäftsfeldern Zuwächse zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahresbeginn sind die Beitragseinnahmen der R&V-Gruppe im Januar und Februar 2021 um 5,9 Prozent gestiegen. Trotz der anhaltenden Pandemie bleibt die R&V optimistisch und behält die Kundenbegeisterung im Fokus. Erst vor ein paar Tagen überwies der Versicherer an jene Mitglieder Plus-Kunden, die einen günstigen Schadenverlauf hatten, insgesamt 10 Millionen Euro zurück.